Guten Tag, schön euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Das war unser Team und schauen wir mal was wir hier reißen können. Mein Fahrer ist herrauch. Der Valvo hat schon wieder so ein bisschen angezuckt. Ach wie gut das die Autos so verschieden sind. Ach wie gut das niemand weiß, dass ich irgendwann erkenn, Scheiß. Ich will nie, so viele weiße Autos. Ich glaube ich habe mir den Frontflügel weggefahren. Lässt sich noch steuern. Alter Valvo. Ich fahle gleich den Eckflügel weg. Ihr macht mich stolz, wie ihr da vorne rumwuselt. Jetzt nehmt er den Gyma ein Sandwich und fahrt beide der eine links, der andere rechts vorbei. Echt? Ja. Ah, Valvo ist so lange auch schon vorbei. So, ich cool auch ziemlich, oh Gott. Jetzt heißt es brauche, Scheiße. Oh, Joker. Joker. Joke. What the fuck. Warte schnell, sorry. Alter, Joker. Wie er noch sagte, jetzt erstes Bremsen, Bruno. Ist doch gang. Und so ohne Flügel werden die beiden Schikanen, die da jetzt gleich auf mich zukommen, echt beschissen. Welcher Platz, Joker? Äh, 16. Noch alles dran? Ja. Damit habe ich mich jetzt auch einig das mal ver... Oh, oh. Da steht schon mal einer. Ja. Oh Gott. Der Ascher. Der Ascher. Ascher, Ascher, Ascher. Oh Himmel. Robert, ich zieh euch alle ab, ihr Penner. Aber ich liebe ich ja die Strecke, ne. Guck mal so geil vorbei. Oh, Valvo, Valvo, ich komme. Ich komme, Valvo. Die Klappe. Jetzt hab ich Angst. Wenn du wieder zum Bremsen vergisst, ja. Ja, ja. Ja, ja. Alter, wie die da rum herum rauchen da vor mir, der Rauchtyp. Ich kann dieses werden in der cockpit Perspektive, weil ich hier die... Oooooooooh. Die Schikane etwas besser einschätzen kann, wollte ich sagen, aber... Mach Platz, Rauch. Doch, Juan, das weiter. Pfff, das war ein heftiger Einschlag. Aber ich bin noch da, ich bin noch da. Oh Gott! Los, Alfred, wir schaffen das. Wir schaffen das nicht. Los, Schlüppert Johnny, wo bist du? Wer ich brauche. Alter. Wow, da steht wer! Alter, was macht ihr denn? Ich bin doch mal schrägert falsch, ey. Ich bin doch mal schrägert falsch, ey. Ich bin doch mal schrägert falsch, ey. Alter. Du warst das Candy, oder was? Ja, ich bin... Danke, du Arsch. Ich bin dann in den Reifenstapel geschoben worden. Dann bin ich reingelockt, ich weiß es nicht, aber zumindest immer noch nicht gepostet. Und dann... ... hab ich alles Mögliche an Alltech Null tätigt. Danke, du Arsch. Ich bin so weit vorbeigekommen und dann stand Walvo da auf der linken Seite. Und ich wollte rechts ausweiten und... Walvo mit dem Rückwärtsgang auch rechts, dann konnte ich einfach nicht mehr weg. Muss erst mal warten, bis du... ... fährst. Bis ich mich ausgepackt hab. Oh, okay. Scheiße! Was machst du denn, Kenny? Das war die Fähestrecke. Ich glaub, die Frontflügelmeer hätte sie verquemt den Weg. Ja, ich auch nicht. Ich hab den auch an irgendjemanden verloren. Oh, Alter, die Zielkurve! Oh Gott, die Fosi, Alter! Oh, der hat eine Drehung vollzogen. Oh, jeder war voll im Urlaub. Und zwei Leute an der Box? Zwei Leute an der Box? In der Zielkurve stehen alle? Alter Schwede. Da mir fahren auch eine wieder. Was hast du da für Kais eingestellt? Nicht die Richtigkeit ab. Sind jetzt auch Platz 11? Ich bin... 6.3 hat sich zerfickt. Oh. Kenny, wo bist du? Ich sehe Z, U, A als U, Val, U, Rück. Gott. Mann, bin ich fertig. Runde 3 erst. Ich glaub mal 2 Runden, ich bin schon hier. Nass. Was? Ich glaub nicht, dass ich den... Ich glaub. Ich glaub. Wow. Oh, oh. Egal, ne, wie er schlimm ist hier. Ich bin mal kurz, äh, um den Böller gefahren. Die Böller. So. Ich kenn's fast da... Die Reifen. Okay, Platz 5 dabei. Nice. Okay, ich bin Sektor 2. Das ist nicht so... Nie zu nice. Ich glaub, ich bin noch in Sektor 2. Ja. Wahrscheinlich hinter mir irgendwie gewesen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Scheiße. Oh, men. Ich weiß nicht, ob ich den... Waahhhohohohohohoho. Alter. Wie das hier aussieht, ey. Oh, scheiße. Weg hier. Boah, dass ich noch fahren kann. Bist du Wdaffert, Alter Schwede. Alter. Ein aller Katastrophenrennen ey. Was fahrt da die KI da für einen Mist ey. Also ganz ehrlich, es ist einfach nur geil. Naja Joker, gut. Du, wie Müll da, nach vorne gekommen. Vierter, Alter, was? Ja, ich bin einfach links vorbei. Walbro hat es frei gemacht und ihr konnt richtig durchfahren. Walbro, seid nicht gefüstet. Freigemacht ist gut, ey. Alter. Wir machen den Weg frei. Die haben sich richtig gut abgesprochen. Die stand nämlich beide genauso, dass man einen von beiden treffen muss. Jeder quer zur Fahrbahn. Alter. Ja, die habe ich quer genommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Scheiße. Guck, Joker. Wiedersehen, Motherfucker. Boah, da steht er auch beschissen, ey. Boah, ich habe mich mal durchgequetscht, Entschuldigung. Boah, muss ich gleich vorbei. Das ist echt die Schikane, die mir mit dem Frontflügel am meisten Probleme bereitet. Oh Scheiße. Welcher Frontflügel? Oh, Frontflügel, halt. Ich habe meine Frontflügel schon vor Jahren angebaut. Neu, an die Klee. Was du auf den Hut aufgesetzt, was? Kenny, bist du hinter mir direkt? Ah, ah, ah. Nein. Nicht mehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Set, Bülbül. Ich freue mich schon, das aus allen Perspektiven zu sehen. Da steht schon wieder, wer, alter Schwede. Achtung, aber diesmal nur einer. Man kommt vorbei. Ob so, er bewegt sich. Oh, oh. Ja, hinter ihm vorhanden. Weichen so aus, dass ich fast die Rindballe. Oh Gott. Das ist mein grobe Krieg. Ich bin vorbeigekommen. Ja. Ja, drei, vier und fünf. Ich wollte rennen, Alter, ohne Witz, ey. Aber wir sind erst in der 5. Runde. Ich will das nächste Mal dreimal Marrakesch, ey. Ja, 30 Runden Marrakesch. Zwei Stunden Marrakesch. Das kann was werden, Kenny, mit uns. Die geht wie in Sektor 3. Oh, du bist extrem nahe dran. Ja. Soll ich mal bremsen? Kannst du die eine machen, die Hetze. Oh. Oh. Ich hab letztendlich mal kurz abgebremst. Oh Gott, ey. Oh, du hat hier was. Oh, oh. Oh. Oh, Joker. Jetzt wird's gleich lustig. Du hast echt ne geile Nase, übrigens, die nicht mehr da ist. Michael Jackson verschlägt. Was macht ihr denn? Bei dir sieht die noch geiler aus. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wer ist denn jetzt hinter mir Joker? Ja. Am Kenny hat's da irgendwie hinten zerrissen. Mein linkes Vorderreifer hat ein Loch. Mein linker Vorderreifer hat ein Loch. Egal, ich hoffe, ich kann aber noch fahren, ey. Oh, scheiße, ey. Ausgerechnet mein Lieblings... Oh, was macht der denn? Ich bin hinter dir, Joker. Da hat sich jemand geschmissen. Oh, shit. Alter, 16 Sekunden Abstand zum Vordermann. Kannst den nicht mal zerficken? Ja, wenn er mal aufläuft, irgendwie nach hinten, dann vielleicht schon. Ansonsten wird es schwer. Necker Auflauf. Ich hab schon so Respekt vor diesen Kurven. Ich hab ein Loch vorne links und frei, Alter. Ohne Witz, ey. Das ist so lächerlich, hier rumzufahren, ey. Keine Nase mehr. Ich bin beta-transformer, ey. Was? Ich hab den Stop and Go bekommen? Was? Was? Die Ecke ist doch da beschissen. Ich bin auf der Strecke geblieben. Fick doch die Henne. Platz 3 und dann ist Stop and Go? Fuck. Das ist nicht zu schnell bis Box mäßig, ne? Ich weiß nicht mehr, wo da die Box ist. Oh Gott! Das musst du nur ein bisschen zu schnell fahren, dann kriegst du die Box direkt. In der letzten Kurve. Da. Klub geradeaus. Alter, was macht Hängewald denn, ey? Oh, Joker! Oh, 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 alter, Joker! Okay! Oh- oh- oh… Oh-oh. Oh! Ah, hier! Okay. Ach… Schon mal hein. Schon mal heianceen. Schönen die Kurve weh dir, ja? Hat er den Tag nicht Angst? Das fällt ja mal meine Nase an! Ja! Alter, du bist locker! Wer bremst verliert? Oh, da schießt du die Mauer an! Schießt den Vordermann rein! So wie in Montreal letztens! Bam! Ich hab mich so auf dieses Trepp gefreut, ja? Man wird dann so eine Rotze, yay! Ist jetzt die Box? Oh Gott! Mann! Was machst du denn hinter mir? Weil diese lange gezogene, die ist auch mit dem... ohne Front sehr schwer! Jetzt kommt die Box, oder? Ne, die Box ist... Letzte Kurve, ich am Start und Ziel! Ist nicht jetzt schon die letzte? Kommt noch 2 Schikane erst mal! Das ist die letzte Seite! Das letzte ist die lange links! Oha, oh Gott! Ohohoh, alter mal! Ohohoh! Jetzt kommt noch ne Schikane und dann kommen die Kurven und die Box. Das war knapp. Jetzt Box. Gott, ich hab zu spät gebremst, ich hab zu spät gebremst! Joogah. Scheiße, das ist nicht die Box! Oh Malmo. Oh man... Halt die Beine in der Box oder was? Ich bin zu früh abgefunken. Sehr mal, zu früh. Er ist genau in der Kurve in der letzten, ganz hinten abgefunken. Aber da ist nur so ne Ecke, wo du eigentlich so stehen bleiben kannst. Okay. So aber, wusste ich auch. Da war lustig, aber sorry. Hier ist die erste Überrundung bereits, ey, oh god. Ich dachte, ich müsste keine Gegner mehr vor mir auftauchen und sehen, ey. Oh shit. Der Ecke bin ja auch noch nicht angeschlagen bisher. Schön. Hab ich dir auch mal mitgenommen. Hat schon ein Andenken. Hast schon so ein Andenken an die Strecke. Das war von Kurve 1, das war von Kurve 2. Das ist meins. Das nehm ich mit, grrrr. Alter, lau. Wie lau war denn das gerade? Kennt ihr auf welchem Platz? Vier. Ja. Ohhhh. Er fährt durch den Reifenstapel durch, auch geil. Aber alles besser ist, wenn der jetzt zurückgebounced wäre, weil er dann eigentlich schön weggerödelt. Working Bounce. Loud and proud. Oh Gott. Oh Gott, was macht der denn da vor mir? Der 21. Schlingert da was, ey. Klick jetzt schon. Gelb in Sektor 2. Mich hat's Papier geschmissen, ey. Da steht wer. Oh, der zweite ist in der Box. Monique. Monique. Oh, Monique. Oh. Ich bin da bei Monique doch auf der Sektion 2. Oh. Nicht, dass die schon wieder hier alle stehen bleiben irgendwann. Das wäre echt Schiete. Boah, wie die schlingern alle auf der geraden. Boah, übel. Oh, das wir immer noch fahren. Ich glaube, das war das lauteste Rennen. Da werden wir so viele Tonen pieks haben. Meine Nachbarin wird auch schon vor der Tür stehen. Nudelholz. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schikane verpasst. Fast wie eine Reifenstapel rinne. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Zwei Runden noch. Schade, schon vorbei. Kriegen wir dann einen extra Punkt fürs Überleben. Was fahrt ihr für Rundenzeiten? 1,49,7 ist bei mir. 1,53. 1,48,5,2,9. Ohne, ich hab weggeschmissen. Der fährt rückwärts, der Mongo. Alter, bist du ein Hurenkind, ey. Ein Hurenzippel. Der Monk. Monik. Der Honk Monk. Fährt einfach rückwärts, ey. Schon jetzt zieh meine Karot noch nach links, leider. Ich... 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 Ich muss das Gesicht fast komplett nach Rätsel drücken, weil damit ich gerade fahre, ey. Soll ich jetzt die Schikanen treffen? Oh Gott, ich hab mir ja die letzte Kurve ver- Oh Gott. Ist das affig, ist das affig, Alter. So, lau, mach Platz. Mach Platz, du Sau. Lau, Sau. Oh, da war ja noch eine Schikaner! Hallo, da... Das hört sich nicht gut an. Den zerfickt's gleich vor mir. In 3, 2,1... Ja! Monik, fahrt in die Box. Hat genug. Oye, der hat sich ja geschmissen vor mir. Der hat genug gesehen. ich bin zurück nach meiner stop and go jetzt kommt die revanche ich will dich nicht in den reifenstaffel drücken müssen jetzt kommt die revanche für all das was du mir angetan hast ich hoffe ich komme schnell genug vor dir weg ein candy eine ausbilder vorm aussterben mit rote tierart auf die straße von marrakesch alter rober das macht er nach vorne was macht er nach vorne der bewegte noch die saufend los hat er sich weggedreht eine riesen raumwolke ausgerätet in dem moment wo ich überhole fährt die sau natürlich los und ich fahre ihn fast drin die kürze leider überlebt die sieke boah schön aufgerutscht joker die z joker hier bleiben leider nicht wieder die schnellste runde gereicht eigentlich haben wir 1,48 nur so einen geschaft ja Freunde eine leichte unterhaltung ihr seht ja euer joker ist gut dabei glückwunsch kenny alter mir fehlt vorne alles ey schau mal mich an siehst du aus wie ich siehst du aus wie immer und glückwunsch walbo danke wir machen jetzt einen grundflug im enten schnabel das wird was überleben hätte ich mir nie gedacht wie oft es da geshippert hat boah ey das kommt mir an ey das hat mich doch nur durchgekommen mit irgendwas passt da nicht ganz ey da hat es mich in monaco für weniger zerrissen ey wahrscheinlich halten die karren ja einfach mehr aus boah drittes rennen oi 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 das ist mal ne geile sache unterströde liebe leute ey ja kurzer stand ich glaube ich glaube ich führe die WM an da fang mal hinten an Valvo mit 9 Punkten dritter assi kenny hat 12 Punkte ja und ich bin bei 21 wenn ich richtig gerechnet habe zusammen gerechnet bei 21 du musst 10 Punkten für den Sieg ne ja er hat auch nicht gewonnen ja zur zweiten renn hatte ich gewonnen ja oh loser jetzt so 8 Punkte hat die Silke gewonnen zum ersten loser Joker weißt du tut dir so einen auf Oberfluffel ne und ist dabei Oberlöffel was echt was hab ich gesagt was mach gleich mit dir Löffelchen ja ja das zweite Räder ja halt unter Wilke auch ohne Frontflügel oder die Wilke ja und wenn wir hier den Valvo noch rumtübeln sehen in seiner Auslaufrunde sagen wir mal vielen Dank für's Zuschauen ja ich bin schon ausgelaufen und ja lasst euch überraschen was als nächstes kommt genau in vierterer Haus zur Race Injection weil Warwick durfte sich den Grand Prix wieder aussuchen ja wir werden alle sterben also dann bis zum nächsten Mal tschau 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 halt Alter was ist ein Rödelrennen ey so oft wie ich ja irgendwas gefickt habe ne Wahnsinn ey